Die Justizvollzugsanstalt Stuttgart befindet sich im Stuttgarter Stadtteil Stammheim, dem nördlichsten Stadtbezirk der Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Sie ist die zweitgrößte von insgesamt 17 Justizvollzugsanstalten mit 27 Außenstellen in Baden-Württemberg. Geschichte Die Justizvollzugsanstalt wurde 1960 bis 1963 nach den damals modernsten Erkenntnissen der Sicherheit mit zwei Hafthäusern erbaut und 1964 in Betrieb genommen. 2005 wurde ein weiteres Hafthaus in Fertigbauweise angegliedert, das Platz für 128 Inhaftierte bietet. Seit Anfang 2006 wird der komplette Eingangsbereich umgebaut, am 1. August 2007 wurde das Richtfest des neuen Torwachengebäudes gefeiert. Der ehemalige Justizminister Ulrich Goll erwog einen Abriss des alten und sanierungsbedürftigen Hochhauses. Dieser wird nun für 2015 angekündigt. Bauarbeiten für ein neues Gebäude begannen im Februar 2012. Zukünftig ist die Verlegung des nahegelegenen Justizvollzugskrankenhauses Hohenassberg. Aus Asperg hierher geplant. Im Dezember 2006 wurde erstmals in Baden-Württemberg eine Frau Anstaltsleiterin einer Männerhaftanstalt. Zuständigkeit Die Justizvollzugsanstalt Stuttgart ist sachlich und örtlich zuständig für Männer im geschlossenen Vollzug mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr und drei Monaten. Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr und drei Monaten, Untersuchungshaft und Straferrest, Zahlen und Fakten. Die Anstalt besteht aus drei Hafthäusern, dem sogenannten Bau 1, dem Bau 2 und dem neuen Bau 3. Das eingezäunte und mit einer Mauerfaserhähne Gelände der Anstalt umfasst 49.600 Quadratmeter. 867 Gefangene waren im Durchschnitt im Jahr 2006 in Stuttgart inhaftiert. Bei einer Normalbelegung kann die Anstalt 877 Gefangene aufnehmen. Die ca. 600 Hafträume teilen sich in Einzelzellen oder Gemeinschaftszellen auf, wobei die Gemeinschaftszellen mit zwei bis vier Gefangenen belegt werden. Das vollzugliche Arbeitswesen beschäftigt ca. 250 Inhaftierte in mehreren Betrieben und hat eine Produktionsfläche von 950 Quadratmeter. Ausbildung und Freizeitangebote In der JVA sind zwei Pädagogen beschäftigt, die für Inhaftierte schulische Kurse anbieten. Da in der JVA hauptsächlich Untersuchungsgefangene untergebracht sind, werden keine Schulabschlüsse angeboten. Für die Gefangenen werden viele Freizeitgruppen angeboten, für die sich die Inhaftierten mit einem Antrag anmelden müssen. Auch werden viele Gesprächsgruppen, Bibelstunden, Schach- und Skatgruppen, aber auch Kraftsport und Fußball angeboten. Im Jahr 2006 wurde das von der Sängerin Jennifer Engels mitbetreute Stammheimer Öl-Akustik-Projekt gegründet, um inhaftierten Musikern die Möglichkeit zu geben, auch während der Haft Musik zu machen und die Spielpraxis zu erhalten. Auch gibt es in unregelmäßigen Abständen Konzerte oder Theatervorführungen. Den Inhaftierten steht zudem eine Gefängnisbücherei zur Verfügung. Die Inhaftierten haben mehrmals die Möglichkeit, Umschluss zu machen, wobei Inhaftierte ihre Mithäftlinge auf deren Zelle besuchen können. Anfang 2008 wurde die Initiative Rock im Knast ins Leben gerufen, um eine Brückenfunktion zwischen drinnen und draußen zu erschaffen. Ziel ist es, Bands und Musikern die Möglichkeit zu geben, in Justizvollzugsanstalten aufzutreten und ein Netzwerk zwischen den Künstlern und den Justizvollzugsanstalten bundesweit zu schaffen. Seit Anfang 2009 gibt es eine eigene Homepage, auf der man Kontakt zu der Initiative aufnehmen und sich auch persönlich beteiligen kann. Weiterhin findet man hier Konzerttermine in den JVA-ON, Bilder von Auftritten in JVA-ON, Pressekommentare und vieles mehr. Seit August 2012 wird ein Kurs für inhaftierte Jugendliche angeboten, in dem diese die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre kennenlernen. Die JVA im Rahmen der RAF-Prozesse. In der breiten Öffentlichkeit ist die JVA vor allem durch die Inhaftierung führender Mitglieder der Rote Armee-Fraktion bekannt. Eigens für die Prozesse gegen RAF-Mitglieder wurde 1975 neben dem Gelände der Justizvollzugsanstalt ein Mehrzweckgebäude erbaut. Aus Furcht vor etwaigen Befreiungsversuchen mit Hubschraubern wurde diese Halle ebenso wie der Hofgang großflächig mit Stahlnetzen überspannt. Die Baukosten für die Erweiterung betrugen damals 12 Millionen DM. Nach Fertigstellung der Erweiterungen waren zeitweilig bis zu neun RAF-Mitglieder im siebten Stock der JVA zusammengelegt. Die Häftlinge hatten täglich die Möglichkeit zum Umschluss, der Gefangene hat dabei die Möglichkeit, zu einem anderen Gefangenen auf dessen Haftraum eingeschlossen zu werden. Entgegen sonst üblicher Vorschriften waren Frauen und Männer zusammengelegt. Die Häftlinge durften Plattenspieler, zeitweise auch Fernsehgeräte betreiben und erhielten hunderte Zeitschriften und Bücher. Im deutschen Herbst 1977 bestand während einiger Wochen ein offizielles Kontaktverbot. Das durch das eigens nachträglich beschlossene Kontaktsperregesetz möglich geworden war, in dieser Phase wurden die Häftlinge isoliert. Daraufhin wurde von Gefangenen und Anwälten behauptet, in der JVA werde Isolationsfolter betrieben. Später wurde bekannt, dass Jan Karl Raspe über das Netz des ehemaligen Anstaltsfunks der JVA eine Wechselsprechanlage gebastelt hatte, über die sich die Gefangenen auch während der Kontaktsperre unbemerkt unterhalten konnten. Nachdem Ulrike Meinhof bereits am 9. Mai 1976 erhängt aufgefunden wurde, starben in der sogenannten Todesnacht von Stammheim am 18. Oktober 1977 drei weitere Mitglieder der RAF. Andreas Bader, Gudrun Ensslin und Jan Karl Raspe. Das vierte inhaftierte Mitglied der Gruppe Irmgard Möller überlebte mit mehreren Stichverletzungen im Brustbereich. Mehrzweckgebäude des Oberlandesgerichts Stuttgart Das Mehrzweckgebäude des Oberlandesgerichts Stuttgart am Gelände der JVA Stuttgart wird bis zum heutigen Tage für große Prozesse und gefährliche Straftäter genutzt. So standen hier bereits nach den RAF-Prozessen Islamisten, PKK-Aktivisten und Black Jackets vor Gericht. Daher kann das Gebäude bis heute nicht wie ursprünglich geplant als Sporthalle oder Werkstatt der JVA Stuttgart genutzt werden. Film, Fernsehen, Stammheim, Spielfilm über die Bader-Meinhof-Prozesse von Reinhard Hauf mit Ulrich Tukur als Andreas Bader. Der Bader-Meinhof-Komplex Verfilmung des gleichnamigen Buches von Stefan Aust mit Moritz Bleibt treu als Andreas Bader. Todesspiel Zweiteilige Dokumentation von Heinrich Brelohe Der Bader-Meinhof-Komplex